Wiedersehen, Gidget. Hey, Max! Hey, Gidget! Schon Pläne für heute? Ja, ich hab unheimlich Stress heute, Gidget. Ich hab Riesenpläne. Ich werd hier sitzen und darauf warten, dass Katie wiederkommt. Oh, das klingt aufregend. Gut, da will ich nicht stören. Ich hab nämlich auch viel um die Ohren heute. Hier, bitteschön. Bis nachher, Louis. Bis dann, Mel. Mach's gut, mein Bester. Also dann, Chino. Bis dann, Maxi. Tschüss zusammen. Tschüss. Noh. Ai, 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 ai. Ah! 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 Do your face! Do your face! Do your face! Sei ein braver Junge, Leonard! ...erwöhnlichen Fähigkeiten. Jutta, ich brauche eine Theorie.